Willkommen auf gutscheinrausch.de Heute zeigen wir euch die mobile Anwendung vom Hotel Falkensteiner und mit dieser Anwendung kann man sich ein wenig über das Hotel informieren viele Inhalte sind hier 360 Grad Rundgänge dort wurde mit einer Spezialkamera der Bereich abgefilmt und man kann sich dort in den einzelnen Bereichen einfach mal umsehen da gibt es die Kategorien Hotel, Zimmer und Suiten und auch zum Beispiel was zum Wellnessbereich Gehen wir aber erstmal auf Hotel und was wählen wir uns hier zum Beispiel das Kinderland und hier wählen wir uns jetzt einfach mal zum Beispiel die Spielhalle hier das Ganze wird dann hier gedownloadet und man kann sich dann hier in einer 360 Grad Ansicht umsehen auch ranscrollen kann man hier und ja so kann man also erstmal sehen wie das Ganze dort so aussieht das Ganze geht hier zum Beispiel auch im Teens Club hier sieht man dann halt wie es dort entsprechend aussieht auch hier ziemlich viel Platz auch zum Beispiel hier in dieser Aqua Welt da sieht man dann das Schwimmbad wie das aufgebaut ist und das Ganze funktioniert natürlich auch zum Beispiel beim Außenbereich da kann man sich das Ganze mal anschauen das sieht ja ziemlich schick aus hier man kann auch wieder ranscrollen sich das Hotel anschauen in allen Details aus allen Winkeln quasi bevor man dort bucht und das funktioniert halt hier im Hotelbereich das geht aber auch bei den einzelnen Zimmern was ich ziemlich cool finde und hier kann man dann auf zum Beispiel das ganz normale Doppelzimmer zurückgreifen Wohn- und Schlafbereich schauen wir uns mal an so sieht das aus aber es ist auch möglich hier drauf zu gehen zum Beispiel bei dieser Familiensuite das sieht dann natürlich schon etwas komfortabler aus da gibt es einen Wohnbereich und einen Schlafbereich hier sogar nochmal ein Waschbecken Schlafbereich und da kann man sich halt anschauen was es alles so gibt das ist natürlich eine ganze Menge immer das Zimmer ist auch relativ groß aber es ist ja auch eine Suite da bekommt man dann natürlich auch für sein Geld ein bisschen mehr hier ebenfalls nochmal eine Suite und was haben wir hier Familiensuite Royal hört sich nochmal etwas luxuriöser an und hier kann man sich dann auch ein bisschen wieder umsehen wie das Ganze so aussieht ja das sind halt so die einzelnen Zimmer da muss man halt mal schauen wie groß das Portemonnaie ist und was man halt auch haben möchte es gibt natürlich noch ein bisschen mehr Kulinarik da gibt es einen Wintergarten hier von denen der ist ziemlich schick und es gibt hier auch nochmal das Buffet-Bereich und so kann man sich hier ziemlich gut durch die einzelnen Bereiche klicken auch den Bereich Spa hier kann man sich nochmal anschauen zum Beispiel den Innenpool nochmal also das ist jetzt hier der richtige Pool nicht der Pool für die Kinder und ja wie ihr hier seht kann man auch sogar irgendwie nach draußen schwimmen das ist natürlich ziemlich cool und ja das ist auf jeden Fall die Anwendung das ist dieser erste Bereich hier 360 Grad Routen da könnt ihr euch auch mal in Ruhe ein bisschen durchscrollen wir haben das hier gerade noch ein bisschen angerissen es gibt dann hier im Bereich Media noch einzelne Verknüpfungen zu Video, Webcam und Google Maps gehen wir mal auf Webcam so sieht das Ganze dort aktuell aus ist ja jetzt schon ein bisschen dunkler kein Wunder und hier laden dann die einzelnen Sachen nach da kann man sich mal durchscrollen auch beim Video kann man sich ja mal was anschauen und im Bereich Kontakt kann man noch zum Kontakt aufnehmen zum Falkensteiner Hotel zum Hotel Falkensteiner und dann dort Fragen stellen oder auch Buchungen vornehmen etc insgesamt eine ziemlich coole mobile Anwendung um sich einen Überblick zu verschaffen über das Angebot was es dort gibt besonders der Einblick in die Zimmer hat mir ziemlich gut gefallen das war's von uns bis zum nächsten Mal Ciao Ciao